Hat einer von euch eine Ahnung, was das ist? Sieht auf jeden Fall etwas zweideutig aus. Wenn ihr dran bleibt, erkläre ich es euch, gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen bei 1. Medizin. Wer von euch es noch nicht erraten hat, heute geht es um das Pankreas, also die Bauchspeicheldrüse. Sie liegt im oberen Bauchraum hinter dem Magen, ist ca. 15-25 cm lang und sekundär-retroperitoneal. Das bedeutet, es war ursprünglich intraperitoneal, also im Bauchfell angelegt und hat sich dann in den Retroperitonealraum, also hinter das Peritoneum, entwickelt. Zuallererst möchte ich euch die Anatomie etwas näher bringen. Hier sehen wir das Pankreas. Man kann es in drei Abschnitte gliedern. Vorne den Pankreaskopf, dann den Körper und schließlich den Schwanz. Dieser Gang hier in der Mitte ist der Ductus Pankreaticus, welcher die Verdauungssäfte transportiert, dazu später mehr. Dieser mündet in den Ductus Collidochus, der aus der Leber stammt, welcher die Gallensäure transportiert. Gemeinsam gehen die beiden Gänge in den ersten Teil des Dünndarms, nämlich dem Duodenum. Der Ort, an dem sie im Duodenum einmünden, ist die Papilla Fateri, auch Fatersche Papille genannt. Das war's zur Anatomie. Was sind nun die Aufgaben von diesem Organ? Da es ein Drüsenorgan ist, hat es auf jeden Fall viel mit Ausscheidung von Stoffen zu tun. Dies geschieht über zwei Wege, Exokrin und Endokrin. Exokrin bedeutet, dass etwas nach außen geleitet wird. In unserem Fall Verdauungssäfte. Und Endokrin bedeutet ins Blut. Und damit sind hier Hormone gemeint. Der Exokrineteil macht ungefähr 98% des ganzen Pankreas aus. Er besteht aus Kleindrüsen, die Acini genannt werden. Diese bestehen aus Acinuszellen, die Verdauungsenzyme bilden. Dazu zählen Lipasen zur Fettverdauung, Peptidasen, Vitrypsin zur Eiweißverdauung, Amylasen zur Kohlenhydratverdauung und Nukleasen zum Abbau von Nukleinsäure. Dieser dunkelpinke Bereich ist der Exokrineteil des Pankreasgewebes. Wenn man etwas genauer hinschaut, kann man hier einen helleren Kreis entdecken. Das ist der Endokrineteil, welcher sich immer inselförmig zwischen die Acini legt. Nämlich in Form von Langerhansinseln. Das macht die restlichen 2% des Gewebes aus. Diese Inseln besitzen Beta-Zellen, Alpha-Zellen, Delta-Zellen und PP-Zellen. Die berühmtesten sind wohl die Beta-Zellen, die insulinbildenden Zellen. Die ungefähr 80% ausmachen und sich vor allem im Schwanz befinden. Wie man hier sehen kann, geben sie Insulin ins Blut frei, wenn der Blutzuckerspiegel zu hoch ist. Die Alpha-Zellen bilden mit 15% den zweitgrößten Teil. Sie bilden Glucagon, welches, wenn es ins Blut kommt, die Leber dazu anhält, Glykogen in Form von Glucose freizugeben, um einen zu niedrigen Blutzuckerspiegel zu erhöhen. Das sind die lila Zellen, die den Rand bilden. Die Delta-Zellen scheiden Somatostatin aus, welches die Alpha- und Beta-Zellen hemmt. So auch den Exokrineteil. Das sind die beiden dunkelgrünen Bausteine. Das hellgrüne ist die PP-Zelle, die auch zu dieser Hemmung beiträgt. Durch die Ausscheidung vom pankreatischen Polypeptid. Delta-Zellen machen ungefähr 5% aus und die PP-Zellen sind der kleinste Anteil. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bauchspeicheldrüse den Blutzucker kontrolliert, sowie durch Verdauungssäfte die Teilung von den Nährstoffgruppen in kleinere Bestandteile sicherstellt. Das war's schon wieder. Ich hoffe, es war für jeden verständlich. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag und vergesst nicht, Medizin kann so einfach sein. !